Mr. Pat, sagt er, no contribution, oder was sagt er? Throwing attention, wenn es uns auf den Infarkt gibt. Achso, nee, wenn er nichts beiträgt. He is not participating to his own breast truth. Das ist wie wenn ich dir einen Schwimmreifen zuwerf, wenn du er trinkst und du nimmst nicht mehr den Schwimmreifen. Nein, das ist mir leid, denn er kann es nicht beiträgen. Erstmal ist der Beweis, da hast du jetzt sehen, den Unterschied, wie er da auf der Straße rumgekommen hat und dann sobald er eingeengt ist, kann er wieder ruhig stehen und kauen. Ich habe natürlich gedacht, er hat es gemacht, weil die Deichel gerade runtergefallen ist, weil er abgehauen ist. Das hat er das letzte Mal auch schon mal auf der Straße mit uns versucht, dass er da versucht hat, immer so rechts und links auszuweichen. So, jetzt machen wir es wieder so, wir nehmen ihn vorne, rechts und links. Die Beiche kannst du da hinten reinstecken und dann heben wir es ein paar Mal hoch und lassen es fallen. Und dann fahren wir ein Stück zu und lassen es unten am Fahren fallen. Im Fahren, okay? Oh, ich habe es noch nicht mit Kalt gemacht. Okay, fallen lassen. So, ist brav. Hoch. Fallen lassen. Gut. Leckerli. Weil so viel Angst hat er nicht mehr wie früher. Der hatte vorher echt panische Angst. Vorher ja. Aber jetzt haben wir so viel Vertrauen für ihn hochgemacht. Jetzt ist es auch teilweise ein bisschen ansteller Reit. Also ein bisschen mehr Mühe können es sich schon geben. Okay, jetzt lauf mal ein Stück vor und lass es dann fallen. Soll ich die Leine nehmen? Auch mitnehmen, immer. Immer greif zur Not lieber einmal zu oft, als dass wir ihn zu oft weglassen. Wenn wir ihn wieder weglassen, dann merken wir auch, ich kann abhauen. Okay. Komm. Komm. Wir lassen ihn wieder alleine anlaufen. Ja, super. Komm. Gib ihm noch ein wenig kürzer. Wenn er so kommt. Ja, super. Gib ihm ein Leckerli. Gib ihm ein Leckerli. Super. Super. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Das fallen. Das klappert nämlich jetzt mehr. Oh, gut. War gar nicht so schlimm. Nö. Wieder hoch. War dann kaum. Super. Keine Zeit zum Erschrecken. Komm, komm. Komm, Satya. Ich schaff du vorwärts. Ja, super. Komm. Ja, komm. Komm. Dieses rechts, links. Ja, ich schaffe das. Super, gib ihm ein Leckerli. Ja, das ist super. Ich hab aus Versehen mein Gefühl gezogen. So, komm. Gut, und fallen lassen. Super. Eigentlich müssten wir's machen, während der läuft. Ja, ja. Soll er vielleicht drehen und dann ist dick.